Herzlich Willkommen zu AngleFoot Weiter gehts jetzt Heutchen mit Level 3 Randale im Rathaus 50 Schläger ansünden und das Level abschliessen Let's go Ich bin gespannt was uns jetzt hier bei diesen 2 letzten Level noch wartet Oh Gott Die sind alle frei Oh Oh Das war grad Das ist ein bisschen... Heavy. Okay. Come on, noch vier. Noch vier Skelette müssen wir doch irgendwie finden. Shit, CD Department Gang Applications. Was soll der Steht? Hey, hey, hey. Okay. Was sind das für komische Gänge? Oh, nee. Oh, natürlich geht's mit dem nicht. Ich hasse diese Decken. Und möglicherweise kann ja dort was entsteckt sein. Was? Nee, alles von vorne. Junge. Die leben. Die brennt da durchkommen. Gut, hier drin war ja wirklich nix. Nee. Okay. been geht's. Das war's für heute. Das brennt einfach alles. Gut. Ein Schuss, der trifft mich. Ein fucking Schuss. Das war's für heute. Ich gehe drehen, wusste ich gar nicht. Ich bin so schnell dead. Ich gehe drehen, wusste ich gar nicht. Hallo. Ups. Buck. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Ich habe noch die andere. Okay, das hier random Waffen trocknen ist eigentlich ziemlich gut. Oh! Okay, alle dead. Okay, alle dead. Okay, alle dead. Okay. 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 Wenn ich hier hinein geraten. Das ist natürlich mies. Das bringt einen dazu. Irgendwo hinein zu springen. Das ist auch leh. Das ist auch leh. Auch leh. Alles leh. Die Frage ist, kommen wir wieder hoch? Vielleicht. To hell. Okay. Oh Gott. Nicht die schon wieder. Die hässlichen Dinge. Ich hasse sie. Ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch. Oder vielleicht... Ne. So fast sie da oben noch lebt. Natürlich gut möglich sein kann. Fehlt uns natürlich noch jemand. Vielleicht ist es doch mal kurz. Jetzt... wo geht's hier lang? Ah. Ah, exit. Doof. Das gibt's halt leider nicht. Warum geht's irgendwie auch noch lang? Schade. Haben die wahrscheinlich gekackt. Ja. Mal schauen. Ich schätze mal, der lebt wenigstens noch. Ja. Hm. Der letzte Tritt. Ich glaube, das ist wirklich ein böse Kampf. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns als erstes in der nächsten Folge wieder an. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Englfurt. Und bis dahin. Habt rein. Tschüss.